servus leute knochen hier mit kaiser franz kaiser franz oder hier kaiserin franzi heute fahren wir natürlich so wie jeder heute kam der neue patch raus fährt natürlich jeder die neuen britischen schiffe black swan fahren wir jetzt ja wie man sieht indienst gestellt 1940 1940 ich dachte der wäre älter habe ich eben gerade erst gesehen 1940 erst indienst gestellt ja wie man sieht mittelmäßige geschwindigkeit aber relativ gute bewaffnung der hauptbatterie dreimal zwillings 3 zwillingstürme 102 mm feuerreichweite 8,7 ist schon modifiziert also gibt ja nur eine sache zu erforschen hier ein modul und das war die feuerleiteranlage flugabwehr ja gar nicht scheißegal eigentlich fliegen sowieso keine flugzeuge höchstgeschwindigkeit 19 knoten das war es im prinzip schon wir legen los ach ja und jetzt gibt es natürlich diese kistchen hier fünf haben wir schon bekommen alles mögliche drin flaggen also also signal flaggen und ja hier schadens begrenzung sachen und sowas alles ne also all diese tollen sachen können wir loslegen wir hatten bis jetzt zwei gefechte und du musst ein schiff auf alles klar bis jetzt zwei gefechte auf beiden seiten einfach nur black swans gegen black swans witzig du willst du noch mal sagen wo du grad warst eben erste erste drei kills und 14 zitadellentreffer 13 13 bist du jetzt für mich die also mir bekannte zweitbeste und polar das neue karte die zweitbeste der andere vorhin hatte was hat er gesagt 17 17 zitadelltreffer ja so wir können rein auch wieder mussten wir sonst immer auf den fechter warten weißt du wie das aussah so wie sieht man auch ist eigentlich fast schon ja sieht fast schon aus wie ein zerstörer eigentlich ne richtig kleine knurrige kiste münche ja wir machen wir mit wo wir können sich entscheiden wo wir hinfahren wollen also machen wir es richtig wie die scheiß aber glaube ich gehen hier mit münzwurf so kopf wir fahren also nach rechts und los geht's ich muss aber sagen dass hier wirklich in dem fall nur ap geschossen wird unheimlich viele zitadellentreffer gemacht werden es wird geschossen ja ich seh's auch schon und die gefechte sind im durchschnitt jetzt recht kurz das waren wir eben gerade sechs minuten davor acht minuten und du warst sogar noch die letzte die am leben war das muss man ja auch mal berücksichtigen ja ich das kann man ja so neben mir davor warst du die letzte eben gerade war doch der eine typ der noch kämpfen wollte aber stimmt ja ist natürlich blöd werden drei andere bei uns kämpfen da fliegt ein zeppelin hoch hoch schießt die bildung nicht ein aufklärer aha ein deutsch du hast du wieder eine neue karte da haben wir schon in seinen ersten jahr und da ist schon der nächste scheiße wieso bin ich wieder ganz vorne kotzt mich an ich kann sowas nicht ab wie man sieht unheimlich äh schnelle nachladen aber schon wieder zieht die drölle unheimlich schnelle nachladezeit mhm okay ich drehe ab weil ich will jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen länger am leben bleiben schon wieder zieht die drölle alter schwede sind die viele ja für mich sind das viele ja oh ja drei und ich will jetzt auch nicht der erste sein der hier gleich äh absemmelt okay jetzt dauert es hier ein bisschen ich glaub den haben wir gleich den einen hier ich hab mal ein kill erstes blut ich bin auch mal wer 50 Tadellentreffer auf ein einziges Schiff das ist schon ordentlich der nächste sonst killen sie mich und der dreht ja ich hab ja auch gedreht aber sonst weiß ich mal nicht der erste gut ich war auch eben gerade nicht der erste der verreckt ist aber so ein paar Sekunden wollte ich doch mal länger am leben bleiben ich klicke heute ein bisschen blöd bin auch leicht erkältet weil ich glaub bei meiner Brunschstimme heute ist besser ja gestern war es richtig mies Scheiße komm aber das sind spaßige Gefechte die sind halt sehr sehr schnell ob ich jetzt hier nicht gleich einen noch mitnehmen von uns okay der ist auch weg ich kann so nicht vernünftig hier komm jetzt aber wir haben sie unheimlich schnelle Nachladezeit das sind richtige spaßige Gefechte in den hochstufigen Bereichen wird es natürlich sehr ernst aber hier kann man noch richtig mal die Sau rauslassen das macht fetzt ja das macht was anderes ne der ist auch schon weg oh da müsste gleich noch einer sein oder schießt er jetzt einfach auf einen der kaputt ist wir machen dann auch eh noch eine Runde ich glaub das wird ja alles ziemlich schnell gehen jetzt sieht es für uns ein bisschen besser aus mein Gott wie viel Runde davor haben wir so schnell alle Schiffe verloren oder so schnell viele Schiffe verloren ja dann witzig wie alle so richtig geil auf die Briten sind ne ja alle sind gleich ne ja ich seh grad hier bei uns war auch noch ne Flotte mit beiden die so weg zwei Kumpels die sich schon mal verabschiedet haben ich find am Anfang kann mir das richtig schnell vor aber jetzt merkt man doch wenn man äh auf die man nichts macht ne dann wie langsam die da auch eigentlich sind 19 Knoten ist halt nicht so der Bruder hier komm wir machen mal wir fahren mal einfach in deren Captain rein die denken ja glaub ich das gleiche und fahren bei uns rein ja ok müssen wir jetzt überlegen wollen wir doch vielleicht verteidigen oder cappen ich würd sagen ich bin ziemlich weg von dem Captain heisst du willst verteidigen ja man kann ja so so dazwischen fahren in zwischen den beiden greppepunkten sind relativ viele Insel es sind viele jetzt da bei uns ja ok ich fahr jetzt hin ich fahr verteidigen mhm scheiße wenn man grad so geil ist irgendwie man will ballern ne und die Krücke macht einfach gebt eben hierher hier ne die sind weit weit weg und man kommt nicht näher und da sind noch Insel haha ich denk an die scheiße eben grad weißt du wo wir zusammengequetscht an der Linie waren und dann nehmen wir gleich die Insel haha und sie wollte immer vorfahren aber ich ja auch wir haben uns gegenseitig einfach blockiert haha wie die Honks ey ich buste da ist einer oh oh zwei sind da noch ich fahr mal nach rechts da sind zwei ziemlich nahe ich glaub ich werd gleich weg sein ich glaub ich werd gleich weg sein weil die beschießen mich jetzt alle so der eine ist ja auch gleich weg der war weg bevor ich überhaupt den sinken konnte ich bin irgendwie dumm gefahren jetzt das war nicht schlau oh ja ich seh dich warte 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 ich baller mit drauf ok der ist ohnehin schon weg neben mir erscheint jetzt einer hier beziehungsweise fährt auf dich zu aber ich glaub ich krieg den noch ne da war ne Insel die mit mit die sind das sind die die Zitadelle jetzt dreht er irgendwie oh ok naja die Grunde geht nicht so gut er kommt jetzt mal hinter der Insel davor oder was ok scheiße nein jetzt beschießt mich in eine andere verkackte Sworn das oh ja und vor mir ist auch noch einer der muss aber weg der muss schnell weg hier kommt du Bastard wollen wir noch ein paar Zitadelltreffer dann ist das Ding weg ok jetzt habe ich hier durchgeguckt und konnte nicht richtig zielen hier aber den holen wir uns hier noch die Sau muss weg das ist noch einer das ist nur B scheiße ah noch einer ja was soll ich machen scheiße wird ja noch voll Leben hier ne ich glaube das schaffe ich nicht mehr hier ist doch wirklich das sind zu viele ja ist auch keiner weiter hier aber ist okay muss ich durch wir machen ja noch eine Runde und der Spaß hört nicht auf aber ey ich habe mich jetzt auch gut geschlagen Zitadelltreffer ja super was machen unsere Kollegen hier locker locker ich glaube der will rüber scheiße dass ich den eigentlich versenkt habe habe ich auch ein bisschen das ist so wenn man dann so hemmelig wird weil alles so schnell läuft auch mal ein bisschen scheiße gezielt ja und nicht überlegt vor allem also ich naja aber ich glaube der will jetzt hier auch noch verteidigen oh Alter mach den mach den Beinbrech weg jetzt kommen die rüber hier mach doch Beinbrech weg Junge oh scheiße es wird auch noch von der Seite beschossen ja das ist so zwei Seiten ne ich würde echt oh mein Gott mach doch Beinbrech weg ja der kann sich nicht positionieren ich glaube der kann da nicht ne der weiß nicht 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 ob er jetzt den da hinten oder den da vorne oder ne ja und nehmt der Insel mit die blöde Sau ohhh 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 die sind unsere letzte Hoffnung DJ Barth DJ Barth und auch der geht nicht auf Beinbrech Beinbrech hast du ein glück hast du ein glück hast du ein glück bruder ohhh 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 wo wird sich der Schaden so du bist ganz oben guck mal naja klar ne naja 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 da ist wirklich grell nehmt gleich die nächste Runde ne ja klar Au ich hab schon einen Punkt hier warte ich muss schnell einen Punkt vergeben bei meinen Capitano Capitano ahhh beim wechsel des Granatentyps okay da ich hier jetzt keine Granaten zum wechseln habe nach, minus Nachladezeit das nehm ich für hier ist das erstmal in ordnung bist du fertig 20 kreditpunkte ich hätte auch nicht gedacht dass heute ich war gar nicht auf dem plan dass jetzt der neue patch kommt hab ich auch nicht gedacht sie ist ja nur kräuter unterwegs ja so ein bisschen abwechslung zu dem ständigen sich ärgern verlieren und warten bis man die punkte hat das sind einfach nur knüppel aus dem sack gefechte hier einfach nur zum spaß ja ich meine das soll auch spaß machen ja macht ja immer spaß beleidigt man halt wird halt mal gesperrt für den chat und so ja man pullt oder schmeißt mit dem aus so was sagt die münze das oracle sagt nach rechts wir sind so fertig oh die spaß soll man sich mal gönnen hier ne mhm Geronimo rumpstie pupsie jetzt gibt es auch die glocke hier es gibt ja die gleiche Karte jetzt mhm ja was gut die könnte ja noch nicht was war die andere davor wir sind zwei ist die zweite neue Karte die wir heute fahren Polar waren wir das ist Polar weil das Polar davon war noch irgendetwas anderes habe ich jetzt mal vergessen ey ich weiß es nicht mehr Entschuldigung raus der Zappdallin also willst du mich rammen oder was wieso kuscheln na hallo warum muss ich denn jetzt beidrehen hier musst du nicht wenn du jetzt hier kratzer machst ne jetzt mach ich extra kratzer nicht ich schieß gleich dann verrauchst du dir wieder den Kopf oh kaiser oh kaiser mann echt jetzt ich hab so eine Nuss ey wieso schießt du maaa ich dachte da wär einer ich dachte da wär einer ich dachte da wär einer ja dachte dachte äh da ich bin nicht zum denken du ich du 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 am zippel ja ja ich versinke ich gleich nur torpedos oder jetzt ist wirklich einer da da müsste ich bin mir sicher dass da noch einer ist mein gott ich muss hier auf 7 jetzt jetzt hier die läuft das hier noch gut für alle 23 black swarms kriegst du eine area gratis ok da steht einer einfach bei denen oh fuck you da ist ja noch einer wie die die zu scheißen hier das ist so ein richtiges gespame hier ich sehe gerade wieder eine typ ununterbrochen versucht auszuweichen der hat sich nicht leicht bei dem hauen die so auf den sack hier das eigentlich ist komplett hirnlos spielen hier so ne ich finde das auch schön können auch hier mit mir nehmen werden gegen die vornehmen die röp es an die verfehle ich ja nur hier wüsste sind und ich schieße mich also mir geht so ganz gut mein erster seite den treffer jetzt was ist das ich hab noch keinen ach ne ey hör auf zu drehen Junge oh shit Gleichstand mhm das krasse ist du kannst ja eigentlich die ganze Zeit den Finger auf der Tasse lassen ne das letzte geschaut abgefolgt schon das erste wieder bereit so ne mal gucken hier jetzt sind sie ein bisschen weiter entfernt hier die Bruders ja der eine der jetzt hinter der Insel vorkommt der müsste gleich in Reichweite sein bisschen Reichweite dreht aber wieder scheiße der fährt nicht vor ne hallo Vorsicht ja auch ne ich glaub die wollen deffen wie blöde hier aber pass auf pass auf pass auf mhm jetzt kann ich einer kommt auf mich zu oh 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 direkt neben mir muss sie bloß schnell wegrotzen hier muss sie bloß schnell wegrotzen hier muss sie bloß schnell wegrotzen hier oh jetzt müssen wir clever sein ne ähm das ist ja auch nicht so unser Ding eigentlich haha 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 hahaha haha 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 ok mach du mal diesen Jackson weiter ich nehm den weiter der weiter vorne ist hier haha ja ich versuche den weg zu hauen jetzt kümmer dich um den hinteren da Den wir eben gerade hatten Den wir eben gerade hatten? Der hat doch gerade einen anderen Der ist schon weg So, Mr. Jackson Der macht mich kaputt Ne, jetzt mach ich den erstmal kaputt Der hat ja nichts kaputt zu machen, was mir gehört Der hat mich kaputt Jetzt ist der andere hier Ich bin kaputt Ich hab den Zitadell abbekommen Oh mein Gott Wir sind schon wieder blöd dran hier Wir sollen vielleicht nicht rechts fahren Wenn wir hier sind Ach Habt ja richtig Spaß Ja Oh, den muss ich noch irgendwie kriegen Das schaff ich nicht mehr Das schaff ich nicht mehr ein Zitadellski, please See you in the face Zitadellski, Alter Vorkier Du triffst ihn gar nicht Doch, ich hab den getroffen Ja, ich weiß auch nicht Äh, Spezialtarnbemannung oder so Ah, schade Ich hab mal Die Schiffe fliegen kann Oh, der ist aber auch nicht leicht hier Aber man muss sagen So oder so Wir haben kein Gefecht gewonnen heute Das stimmt doch gar nicht Alter, red doch nicht so mit mir Willst du mich jetzt als Lügner darstellen, oder was? Nee, du hast es bloß vergessen Wann hatten wir denn was gewonnen? Haben wir eins gewonnen? Ja, bestimmt Den 1.1.2.2.2.2.2 Nee, das haben wir auch verloren Wir haben alle verloren Echt? Haben wir alles verloren? Ja, kein Scheiß Oh Gott Bei einem warst du der Letzte Dann haben wir dich zerfetzt Bei dem anderen war der eine Der andere der Letzte Wo der Captain wollte Aber da haben die ja schneller gecappt Das erste haben wir auch ganz schnell verloren Und dann jetzt das eben Und dieses jetzt Ist nicht gut, ne? Ja, so optimal, sag ich mal Ja, so optimal, sag ich mal Ja, so optimal, sag ich mal Ja, so optimal Peace time I have died in a black swan Ah, first, first, ah, okay Was weiß ich? Was weiß ich? Ich bin in a black swan gestorben Ach Und der eine guckt damit was 70 Leben rum, ne? 79 Mhm Und er hier hardcore will durchhalten, ne? Ja, blazer Was auch witzig ist Du hast ja keine Sekundärgeschütze, ne? Mhm Der fährt in die Linie Ah Ja, das ist halt Wenn man wieder so einen tollen Blick hat Die ganze Zeit nur durch, ähm Ja, ja, nur schießen, schießen, schießen Durch, ähm Die, wie heißt denn das Ding hier? Fernrohr Fernglas, guck Mhm Das schafft er nicht mehr Guck mal, der eine hat noch voll Leben Der fährt mit ne Aerie Hier ist, da ist ne Aerie drin Ne Ach, deswegen hat er geschrieben vorhin Für 23, äh, so black swans kriegst du eine Aerie gratis Da ist einer echt mit ne Aerie drin Ja, hätt ich auch nicht gedacht Oh, jetzt war der Schaden weniger als davor Ja, aber ich nie Ja, ich hatte weitaus weniger Zitadellentreffer Ich hatte nur 3, diesmal Ich hatte 2, ne Ja, das war das Oh Naja, mein Gott So, das war's jetzt erstmal hier mit der Black Sworn Mhm Danke fürs Zuschauen, hinterlass kein Abo Macht ihr ja eh nicht Von daher Nee, viel Spaß beim Zocken Und, äh, ich glaub wir nehmen jetzt mal die Rang 2 Schiffe, ne Also, viel Spaß noch Mhm Bis später, haut rein, ciao, ciao Tschö